Ex-Head sind für uns Freundschaft, eine richtig coole Funk-Hof-Band, Freiheit, pass die Musik an, kannst im Alltag entfliehen, jede Menge Statements, Spaß und gute Freunde. Aufnahme läuft. Achso. Das ist so schön für die Aufnahme. Moin Moin, wir sind Ex-Head aus Lüneburg. Mein Name ist Clemens. Ich bin Thomas. Und ich bin Matze. Und wir haben uns überlegt, dass wir ein Jubiläumsalbum veröffentlichen möchten. Bei dem Album jetzt erst recht haben wir eine Crowdfunding-Kampagne erstellt, die ihr hier unten unter diesem Video findet. Ja, ihr könnt euch, das war jetzt richtig schlecht, bei der ihr uns unterstützen könnt und das Album zusammen gemeinsam mit uns verwirklichen dürft. Wir sagen schon mal vielen vielen Dank und freuen uns dann gemeinsam mit euch auf ein geiles Jubiläumsalbum. Das war doch gut. Unterstützt eurem besten die Crowdfunding-Kampagne von Ex-Head. Es lohnt sich, ich verspreche es dir. Bis dann.